so hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen video heute zur let's drive glaube ich nehme jetzt zum dritten mal auf, weil beim ersten mal war der anfang nicht so geil, letzter grad war irgendwas mit der gopro weil die das nicht gespeichert hat oder nur ein teil und ja ja auf jeden fall ja also heute vierter schnitt häckseln von meinem lehrbetrieb ja also häckseln der da ist leider in braun mit eben den schontier häckseln und bei dem letzten video da war auch der schontier das war auch von meinem chef das war der dritte schnitt ja und wir haben jetzt, jetzt sind wir relativ am schluss und das sind jetzt ja wiesen relativ viele zähne und klein und deswegen da ist es jetzt erst schwer dann, also da sieht man es ja und ja mit dem jetzt im häckseln und dann eben da schwadern und ja ja anfahren da habe ich jetzt auch mit dem teilz der hat 120 beziehungsweise weil ein bisschen aufgemacht ist meine 160 ps oder so und hinten habe ich auch einen grampel dran, ja und wenn man da jetzt nicht schwadern dort eben dann meine chef sich eben mit dem gt und mit einem wurmschwadern von stoll an und da jetzt mit dem 716er und mit dem feuerkreis pöttinger mal kurz schauen ob es abnimmt, weil mit etwas sich wieder das problem macht, aber es schaut ja gut aus ja also jetzt da haben wir direkt neben dem hofe jetzt ja das einzige problem ist ein wenig an den da jetzt ist ja auch kein klima deswegen ja machen wir jetzt scheiben auf, weil jetzt habe ich nicht mehr so viel zum labern und dann könnte es dann ein bisschen motorsound heilen, weil die da jetzt hat ja oft wenigstens noch ein bisschen den sound ganz klar so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020